und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teilchen voll in den Play zusammen mit dem lieben des Plays und meiner Persönlichkeit die da wäre meine Mutter die Hände das hat er im Watt wohl so wie ich kann man auf die Idee könnten vielleicht auch mal wäre vielleicht nicht ganz so witzig aber wer eine Idee wir könnten theoretisch ich will in den also wenn abwenden irgendein der Spieler aus dem Gegnerteam und wer ihn zuerst tötet hat gewonnen also wer die meisten Punkte am Ende vom Match hat okay das ist daran so besonders das macht auch in jeder Runde irgendwie oder? ne guck du du sagst jetzt zum Beispiel Specs und dann wer von uns zuerst Specs getötet hat und der wird zuerst getötet bekommen Punkt und dann sag ich den nächsten an den wir töten okay das werden gezielt ist nur mir irgendwie ja so genau macht okay ich würde sagen fangen an mit Prozent 4 4 RT Martin okay von einem Martin zuerst 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 den Punkt Martin du bist zu zuerst das ist nicht Martin aber ich würde ihn trotzdem habe ihn kann und das ist der Fall wird nur ich habe es ist an ihm gekriegt es ist sehr wichtig Mökel er fängt sich Mökel aber wenn ich das macht dann zählt ist das wäre langweilig der Europäer gestiert wir sind Griefer Kielsteiner Kaisalda das ist das spannende an der Sache jetzt habe ich noch die Schrauben zu bekommen Fick dich ab ihn Schnell 4 dann sag ich jetzt ein an das Spieks wer zu wer zuerst weg sind mitgebekommen und merkt jetzt du hast ein Punkt als Spieks ich mache mir 5 Rucksack-Granate aber selbst tot Fick dich jetzt bist du wieder dran sag ein Prozent Moria den Hälfte getötet ist ich jetzt zum Punkt nein das ist gerade getötet aber vor zwei Sekunden sind getötet tut mir leid so sind die Regeln ich kann Spex können so ein Wichser okay dann jetzt Geh-Warriere Geh-Warriere der echte Sexy Namen gehört E-Pasch sexy I'm too sexy for my life and cause of this fucking shit thing I can't see any fucking ich kann es nicht zu tun oh ich bin's tot und komplett tot so ich verfolge gerade noch unseren Flaggen mann weil ich mit der Hoffnung bin dass Halbzeit okay es gilt immer noch Geh-Warriere Geh-Warriere Moria 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 die Moria B es gilt immer noch Geh-Warriere und wer ist der erste Verkundung und war ganz links laufen Gott auch nämlich die Nubser mit unserem Fall Moria er ist sie kennst sie hier Fick dich da war er wirklich ernsthaft Alter ich bin so gut die schlaue Talent manchen Piloten es ist alter Fick dich doch ich auch ja ich habe aber ein Goria es ist der Nines Peaks egal ich töten trotzdem hey den will ich Fick dich da war ich zuerst nein er ist der ich kann ja auch nicht laufen das Leben sind vor egal ich glaube wieder weiter hier können die Herausforderung abgeschlossen verheiratet ich nicht mann wo es gewollt werden wie sich das anhalt die Borea wie Geh-Warriere wenn es wohl schlechte KD haben deswegen Menschen wo ist in dieser Spaß Junge wir kommen mehr die Bedeutung Prozent besser und sich direkt ganz ehrlich abgehen das gewollte Ort fägt sich und wenn er will ab der die Fähigkeit und mit Prozent dann sage ich jetzt wie viel war zu machen wie viel XP nicht gerade gekriegt Rico J 12 war er wieder getötet der erste Sade Rico J 12 Kumpel auf Fakt als er ein Komplettmacher sind glaube ich gerade gekriegt er darf ja okay ich stehe heute ein Löffel eigentlich nicht schwer war ich dich die Liste Euro Prozent wenn er sich gesagt haben die Kurschen ganz klar wie doch Rico J 12 hat ich gesagt was also der Noob aus dem Gegner Team ist der bitte ich weiß es nicht oh ne fuck Ozean TR oder sowas schade schade Morgen I will help you yo welcome Pilotenassist wehe das war der das letzte hätt ich eigentlich Video mal an gucke ich mir vielleicht nach dem Video an ob das der war wenigstens nur rein und prinzip mäßig ich bring gerade unsere Flagge zurück G-Warrior oh nein G-Warrior G-Warrior der hat die Flagge und ich hatte die fast ich seh es mal er lässt sich durch die Gegend jetzt der soll stehen bleiben er ist er tot ja eben ich bin gerade so schlecht mit meinem Aiming G-Warrior Fick dich wie viel Punkt das wird schon und Jörg am Arsch hast du vier ich krieg jetzt die nächsten drei Kälte geht klar G-Warrior okay der nächste ist BX äh ne du bist dran äh Funky Donkey 99 ernsthaft oh man bei mir bugging zwei die Sounds kann ein bisschen und es hat sich fucking bitch please bam oh ich hab grad Rico getötet G-Warrior aber nicht Funky Donkey B Ertl z Nein Fick ich wachst du mir bitte ein Profilbild hallo hallo wir sind gerade nach Aufnahme Jakob wir nehmen gerade auf Hallo Leute und da ist der äh Jakob Surf Letts Place haben wir auch dabei oh ich scheiße das ist wohl spät und ich platz einfach rein WTF Alter lass das mal hochschneiden schweiß ich hab grad Penis im Mund, schneid es ins Intro oder sowas Du sollst mir ein Profil mitmachen, das hast du in dein Schatz geschrieben Jaja Was nehmt denn hier auf? Ich hab dich gefragt, wenn du mitmachen willst Ihr Lappen Ja, so kann das kommen, Leute Ungeklarte Also, nächstes Mal bin ich auch dabei, Leute Ich hab das gesagt, als nächstes von Riko Riko, ja, 12 wieder Was labert ihr denn? Wir spielen, wir spielen Ich weiß, dass du unsere alten zwei Folgen gesehen hast Aber da hat mir sowas wie Schimpfwortkommando oder Sünders Wortgeballer gemacht Und jetzt kommt Oder an und nein, Schimpfwortgeballer oder sinnloses Wortkommando Und jetzt machen wir gerade Abwechslend Leute töten Gezielt Leute töten Und wer den zuerst wird, bekommt einen Punkt Man kann sagen, wir betreiben gerade extremes Mobbing Ja, weil wir uns aufbestimmt Ich bin jetzt auf Ich hab heute schon wieder Arma 3 durchgezockt, Alter Ich hab mich gezockt Ja, Alter Dieser Multiplayer haut einen so vorm Stuhl, ey Ich geh schon Kauft das Spiel, tschau Jungs aber jono Prozent erste Straße zu Straßenfeger natürlich die Opfer die Worte mal töten die Krüger 12 Hörgut Pisser Hesleger Pisser mit Flagge ah stirb stirb wer immer du bist ich töte dich ich töte dich sechs quali ab und oft habe ich den jetzt bitte schon getötet nicht mindestens dreimal bei mir lagen zwar die Sons oder im Grunde aber jono also ersteck jono Soundbugs und so seit voll üblich irgendwie Zeiten vor wenn sie ganz extrem es ist schrecklich gell vor allem wenn man auf Sound angewiesen ist ja also ich würde sagen wir haben uns ja noch die letzten sechs Sekunden ich lieb dich kommt bitte kill mach doch zünden mit Hauptsache mich noch selber getötet wirklich doch wir haben gesiegt Niko komisch an den letzten Schwerst um ja ganz einfach gerade ein Licht um ist bei der Werner Prozent reizig zählt und wir machen es hat er den letzten Kellner kriegen extra Punkt ich bin Abgräuhr getötet und dann von anderen getötet worden ich guck dir zu schlechter Wisch hier ich bin ich kann gerade die Ansicht im Flügel zu 10.000 XT LR ich glaube dass er nicht so ist dass er sich als intro-nutzen voll dreist so ganz langsam ich kann gar nicht alles zu machen weil ich kein intro ab wenn man das ist das war's für diese Folge ich hoffe ich habe Spaß obwohl das mal ein bisschen nachfragen Nr naja wir sehen uns nächste Folge ohne Prozent schon auf die Mäste auf das Platz vorbei er hat die Lüge Hallo also Leute Ciao Tschüss